Falls du dir nicht merken kannst, wer hier wer ist, Klatsch der Gute, Shadow Z der Böse. Hey, Vicky, weißt du, was Dr. Pastros Geheimprojekt ist? Leider nein, Parker, aber ich... Es könnten bloß Kühe sein, oder etwas weitaus Schlimmeres, oder der Wind, okay, es sind keine Kühe, irgendwas passiert da. Es sind... Roboter! Zertrümmer sie, bevor sie alle drei Generatoren ruinieren. Hallo, Dr. Pastros, dein Produktionsprojekt wird abgebrochen. Bitte schützt zurück. Warte, kennst du meinen Namen? Wieso bist du ein Verkehrsschütchen? Bist du ein Verkehrsschütchen? Siehst du auch? Ich bin kein Verkehrsschütchen. Ich bin... Ich bin so gut, Stelty. Äh, bitte was? Tritt jetzt bitte zurück, damit ich nicht nicht verdientlich selbst aus der Zeit höre. Ich bin... 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 screamed... Ich bin... ich bin... Wirklich... Vatanmatt? Ich bin... ich bin... Vielen Dank... Bis zum nächsten Mal. Du willst echt aus der Zukunft sein? Ich klinge doch gar nicht so... so normal. Das bin ich. Und so klingst du. Wirst du klingen. Und wenn ich dich nicht aufhalte, wirst du auch so aufhören. Roboter, rück auf! Ich will es sauber und noch klar! I am the part of everything. I feel. Alive. I feel. Alive. I am the part of everything. Du wirst jetzt was Gutes tun willst. Setz diesen Mix, nutzt Shadow Z auf eine Rakete und schießt ihn zur Sonne. Shadow Z nervt also immer noch? In der Zukunft? Ja, und er hat mit unseren Portalen ein KSD verursacht. Ein was? Ein Portalen ist das Ereignis. Ja. Invisible. Ah, deceitig. Complete. I am a part of everything. 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 Oh, interessant. Jetzt bin ich eine Toppflanze. Versuchst du faire Verhältnisse zu schaffen? Erstens, ist das gemein. Zweitens, nutzt uns als wäre das dein Topp. Die erste und願ig zu schressen. Oh, kommt weiter vorbei da und erst gleich mal räumendetisch. Die erste und die erste, wird da abgepl ransom. Da geht es nachdem. Der Mod supervins Egyptian microbiiker war schwer, Sie creamy, was zufällig, vergesen, Und da das Großteil ist aber auch anhs за acht. Ah, typisch. Du hast noch nie Verantwortung übernommen, außer für Siegerpokale. Ich nehme an, das ist fair. Gute Arbeit mit den Robotern, Chen. Jetzt musst du noch ein paar EP verdienen, um weiterzukommen. Ich brauche jemanden mit einer Karre. Ich brauche die Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Werkstatt im Prospektotal und lass uns wieder Rennen fahren. Drücke die Weltkartetaste, um die Weltkarte aufzurufen. Das ist das Prospektotal, die Heimat von Goldsuchern und anderen hoffnungsfrohen. Also, wo ist die Werkstatt? Ah, da ist sie ja. Deine erste Werkstatt im Prospektotal. Wenn du bereit für das Prospektotal bist, mach eine Schnellreise zu der Werkstatt. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.